Ein Einsatzwagen der Polizei überholt den Mofa-Fahrer, schert nach rechts auf den Radweg, macht eine Vollbremsung. Der Mofa- und Mitfahrer haben keine Chance, krachen auf das Heck des Vans. Im Bericht der Bielefelder Polizei vom 15. August steht, Dabei wechselte er von der Fahrbahn auf den Gehweg. Die Beamten überholten den Fahrer erneut, wobei sie den Roller für kurze Zeit aus den Augen verloren. Als sie das Fahrzeug langsam seitlich abstellten, hörten sie nach kurzer Zeit einen Aufprall. Der 20-Jährige war mit dem Roller in das Heck des Streifenwagens gefahren. NRW-Innenminister Herbert Reul kündigt gegenüber Bild Aufklärung an. Auf den ersten Blick ergeben sich aus dem Video deutliche Zweifel an der polizeilichen Vorgehensweise. Sollte sich zudem herausstellen, dass Beamte den Sachverhalt hier bewusst anders dargestellt haben, als er war, hat das natürlich Konsequenzen. Für die Polizisten hat das langsam seitliche Abstellen Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.